Ich wollte sagen, ich habe deswegen gewählt, dass die Magier ist, weil er kann ja auch keine Fliegewasser reintun, also ein Magier. Shit, 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 shit. Was, es gibt noch einen Gegner hier? Wo ist denn hier noch ein Gegner? Achso, da drüben. Da drüben sind noch zwei. Wie komme ich denn zu denen rüber? Wie komme ich denn zu euch rüber? Okay. Okay. Das ist doch schon mal ein Anfang. Kannst du den noch so weit helfen? Nee. Dann erst mal einen Turn. Counter x Counter hier die ganze Zeit. Was war das denn? Okay. Wir haben nur noch diesen einen komischen Kürbiskopf da hinten. Ist ja tatsächlich schon näher gekommen. Werfen wir ihm mal ein paar Prinies entgegen. Ich hasse diese Jackdrip-Battacke, ey. Die zieht immer so übel rein. Er hat er trotzdem besiegt. Ich dachte schon... Es gab Chocolate Rain. So schnell ärgert es Ash, dass ich Steve so früh verloren hatte eben. Aber naja. Kann man nichts machen. So, hier hätten wir wieder einen kleinen No-Lifting heißt es. Ich dürfte das eigentlich auch nicht bewegen, ey. Wir wollen es mal experimentieren. Was hast du für eine Schwäche? Du hast Freiheitsschwäche. Das wäre dann wieder Karukas Job. Dann arbeiten wir erst mal ein bisschen anders. Also die ist auf jeden Fall ziemlich stark. So, da jemand meinen Heiler kaputt gemacht hat, muss ich mir jetzt einen anderen holen. Und dann lassen wir noch Spear und Moe ins Geschehen eingreifen. Keine Schwäche gegenüber Wind. Uh, aber der steht auf dem Feld von Enemy Boost. Das sollte mir auch nun mal sicher gehen. Da machst du mal Mega Wind. Keine Eisschwäche, aber ich komme nicht hin. Der steht noch Eisschwäche. Moment halt. Nachdem jetzt alle Befehle eh eingetippt haben. Können wir loslegen. Was hat hier gesessen? Aber gut, dass ich mich für Mega Wind entschieden habe. Das hat mich ihn gerade so erwischt. Au. Au. Aufberflucht der Triple Strike. Oh, du Yadak vom Yadakfeld. Shist. Auch wenn du gegen Wind resistent bist, wir testen es trotzdem. Einmal hin, habe ich ein bisschen an ihm gekratzt. Ich würde gerne was überprüfen. Jetzt müsste ich mich nur noch um den da kümmern. Ah, dann holen wir mal Karuka dazu. Warum eigentlich nicht? Ich will was gucken. Aber, wie gesagt, ich muss mir erstmal dafür durchkämpfen, dass ich überhaupt... Ah, Hellpepper ey. Dass ich zu den Geofällern komme. Schweinehunde. Okay, heilen wir sie erstmal da drüben. So, dann lassen wir doch schon mal gleich eine erste Überlegung machen. Ähm. Okay. Jetzt müsste ich aber gucken, ob es mir gestattet... Okay, das ist mir gestattet, das Geo-Symbol anzuheben. Oh. Alles, was da drauf steht, wird geklont. Okay, alle blauen machen wir grün. Nee, das ist Quatsch. Ich muss erst alle roten... Na, ich muss erst... Okay, ich hab's gesehen, was ich... Was ich falsch eben... Vorbereitet hätte, beinahe. Dann muss ich das erstmal anders vorbereiten. Ich muss erst alle... ...gelben... ...rot machen. Ich mach's mal intern. Und ich würd mir jetzt diesen Bonus noch holen. Oh, nee, shit. Und dann. Oh, fuck it, hey. Ihr seid solche Arschlöcher. Hm. Komm ich nicht hin. Verflucht. Ey, wie ich diese Attacke hasse mittlerweile, ne? Ist ja so schlimm. So schlimm hier wird ja nicht. Schade, dass wir nicht bei Makka Kingdom sind. Sonst hätte ich das da runterwerfen können. Ich muss schon mal aufpassen, dass keiner hier drüben auf dem gelben Feld steht. Okay. Stresst mich nicht nicht. Okay. Alle gelben Felder rot. Alle roten Felder blau. Alle blauen Felder grün. Und dann dürfte es sich auflösen. Warte mal. Ich geh gleich auf Nummer sicher, dass das Ding kaputt geht. Mama! Gut. So. Jetzt muss ich dich nur mal wegbewegen. Dann müssen wir mal heilen, gerade. Weil ich will Karupa jetzt nicht verlieren. Nur weil ich hier rumexperimentiere mit den Geofeldern. Äh, Sound of Range. Okay, dann muss ich einen Mega-Heal tun. Enter. Ja. Ich bin Anfang okay. It's okay, it's alright. It happens, right? Okay. Fuck. King. Jack. The. Ritter. Ah, hier ist jetzt ein Klon entstanden. Von dem da. Okay. Das durfte aber kein Problem. Also. Alle roten Felder. Und bei der Gelegenheit kann ich dich mit attackieren. Alle roten Felder müssen blau werden. Erstmal gespielt. Dann würde ich jetzt einfach dieses schöne kleine Geofeldchen da zerstören. Was war jetzt die Schwäche? Ich hab nicht aufgepasst. Eis. Eis, Eis, Baby. Gang, 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 gang. Was? Es ist nicht kaputt gegangen. Fuck. Nein. Verdammt. Ups. Okay, Karuke. Was ist jetzt mit Feier kaputt? Hannibal muss dich mal heilen jetzt. Oh, ich hab wegen so blöden Fehlern Einheiten verloren hier. Das gibt's doch nicht. So, du lef. So, du lef. ich hasse es einfach nur und ich heil mir nochmal, obwohl heilen wir uns auf, ich erlöse sich erstmal von dieser Standdurchschwäche, ist das sinnvoller ich hätte mir das so ein bisschen anders erhofft, naja, Supernal Stuff hatte ich aber auch noch nie, na gut, ich war aber noch nie so weit oben in der Item World, von daher ist das okay so, auf dem roten Feld dann kriegt jeder eine zusätzliche Attacke könnten wir hier auch alles auflösen nein, könnten wir nicht es gibt es gibt nur diese zwei Geofelder ach ne, hier unten ist noch das, was alles annulliert, als könnten wir es auflösen stehst du gerade auf dem blauen alle blauen rot ach ne, erstmal alle grünen blau, so rum müsste es gehen, genau, alle alle grünen wird nicht lang gezögert nicht lang gezögert ich bereite das einfach gleich vor ich meine, die sind eigentlich, sollten so low level sein, die könnten wir eigentlich nichts anhaben so, warte mal du stehst auf dem blauen Feld, okay so ich muss dich nur auf ein grünes rüberbringen um ihn die Combo zu vervollständigen, müsste man doch dann rein theoretisch nur so ach, das müsste ich experimentieren ob das so ginge machen wir erstmal enttönen und warten mal ab wie der Gegner agiert süß, nix ach, ich hasse euer Hellpepper, ey so schlimm hat die jetzt hier einen eigenen Teamkameraden mit erwischt tatsächlich ach so, die darf nochmal, weil die im roten Feld steht ja, ich verstehe schon na, das hat aber doch gut reingezogen man merkt, wir nähern uns langsam Ebenen in der Itemwash, in denen meine Einheiten den Gegnern ebenbürtig sind beziehungsweise in dem die Gegner mir ebenbürtig sind so müsste man es eher formulieren so würde es auch gehen, wenn ich jetzt die roten erst kaputt mache ach nein, ich muss die blauen, äh, zerstören mal leer, hier ok, 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 ok so, best, kannst dich nochmal verkrümmeln du wirst jetzt eh noch nicht gebraucht und wir machen erstmal End-Turn ah, sie können es echt nicht lassen ohne Gifter-Sack, ne schlimm sowas haha hab ich dem schöneren geklatscht nein, wieso ist der Lacherhalle jetzt eingeschlafen oh Gott, ey ist doch scheißendreck ich weiß, wie es macht warte ich muss Hannibal ein bisschen in die Nähe werfen nur so kann ich den erwischen ok, wollen wir mal schauen, ob es ausreicht ich habe sogar ein Level abbekommen ich bin wie fertig sehr schön ich habe es geschafft diesmal als Kombo und zwar werden jetzt mit Evo-Game sehr viel mitgetroffene Evo-Sack aber dann dürfen sie überleben sogar jасst ich bin der Welt ich bin der Welt